Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Tales from the Borderlands. Wir starten heute in die fünfte und letzte Episode, die da heißt Die Kammer des Reisenden. In der letzten Episode sind wir übernommen worden von Handsome Jack und stecken ziemlich in der Scheiße, was alle, was alle, alle Charaktere betrifft. Sascha und Fiona sind gefangen genommen worden, aber schauen wir selber in den Rückblick, der uns bestimmt gegeben wird. ... zu ... deal with the complications of entering the Vault. Two unlikely Vault Hunters began to assemble it, but one component remained out of reach on a Hyperion space station. Pressed into service by the local crime lord, they concocted a plan to sneak aboard. The corporate lackey had access to inside information, but he didn't dare reveal his source. An old rival provided a priceless disguise, while new allies helped cobble together a rummage-sale rocket ship. You didn't have yourself a rocket. Once again, tempting fate, they flung themselves into space. Indeed, they would have died up there, were it not for the sacrifice of a noble soul. Finally aboard the space station, the salaryman found himself contending with his ambitious former accomplice. But time was short, and he was very busy, so he referred her to his assistant. Working together, the conartist and the salaryman managed one lost miracle, and acquired the final Gortis component. At that moment, the former middle manager discovered that the plan had worked. Not their plan. Handsome Jacks. Genau, so sieht's aus. Aber ich glaube, wir hätten nicht viel dran ändern können. Leider. Ich glaube, es musste so kommen. Ich hoffe es, denn die Gegebenheiten sind nicht besonders gut, aus denen wir jetzt hier raus müssen. Ich denke, es muss die kymmerscheidern. Schau mal die drei von uns, gegen eine gegrossenschaft. Ich denke, es ist interessant. Ich denke, Sie sind in den Kitas, die sind in die In rendition zu müssen. Ich denke, es sind in den Kitas, die sind in den Kitas, die sind in den Kitas. Wir sind hier, weil wir geknnen von Unacht. Hahaha Gord, das ist so cool Oh, okay Das ging überraschend gut Eigentlich wollte ich sie nur schlagen und dachte, das würde fiese Konsequenzen haben, aber... Aber das hat echt gut geklappt, fürs Erste zumindest Hahaha Oh, das fühlt sich einfach gut Du weißt? Es war so, dass es zu sein Vault-Hunters töten mich, ich lehrte Humility Und du bringst mich zurück, wo ich gehöre, wiser und stärker Das ist ein ziemlich süßes Charakter-Ark, nicht wahr? Ja, ja, außer der Teil, wo ich lehrte Humility Und das ist, das ist Krap Whatever, ich habe Leute dafür Ich wollte ihn doch eigentlich gar nicht so böse machen Ich wollte nicht betteln, die Antwortmöglichkeit sah noch anders aus, als ich es so gelesen habe Ich glaube, dass ich mich überraschend von deinem Körper Aber in der Hypothetical Nächste Zeit Juste sagen, dass die Person, die dich beschädigt hat Der Gehörte sich selbst Die Gehörte sich selbst Die Gehörte wird viel mehr kräftig Auch wenn du nicht Die Gehörte wird viel mehr kräftig Die Gehörte sind 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 Ja, er hat sich irgendwo hochgeladen, oder? Du glaubst, dass du das rauskriegst? Entschuldigung, das ist nicht mehr so, wie es funktioniert. Ich verabschiede meine Bewusstsein in die Computer Systeme der Base. Du wißt, was das bedeutet? Ich... ...er... ...Filos! Hahaha... ...haha... 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 Wie soll das nämlich reinpassen? Okay... Hahaha... Sieht nicht gut aus. Oh, meine Betäubung! Oh Gott! What? In a few hours, I'm gonna be inside every fucking friend of every system on this space station. Okay... Sind die Arme so lang? Nein. Ich glaub, ich bin hier safe, oder? Hahaha... Ist das scheiße! Hahaha... Ah! Oh! Ah! Ah! Hatte, w цент, die Puppen Pieces! Oh! Oh! Ah! Ah! Oh! So, ich bin schon mal frei. Das ist schon mal gut. Komm schon. Nimm es. Oh Gott. Hat er alles, was er braucht? Das wird ein ziemlich heftiger Sturz, wenn er jetzt da wirklich runtergefallen kommt. Oh, fuck. Das ist schmerzhaft. Das fragst du noch? Das ist die Kurzfassung davon. Die haben wirklich nicht viel Mitleid mit ihm, ne? Ich dachte, die wären Freunde. Der ist gerade 50 Meter tief gefallen. Ah, sie haben, sie waren wenigstens so schlau und haben sich diesmal eingeschlossen. Hätte ich gar nicht glauben, dass du mich hintergangen hast. Nee, du wolltest mich nur umbringen. Das hat echt was gebracht, dieses Gespräch. Hätte sie uns irgendwas, irgendeinen Tipp gegeben, wenn wir sie nicht geschlagen hätten? Oh. Tritt's durch. Das Ding ist echt stabil. Das Ding ist echt stabil. Das Ding ist echt stabil. Ja. Ja. Es ist wahr. Der Gefahr scheint uns zu folgen. Und schau dir auf August, okay? Ich glaube nicht, dass ich den Mann so weit wie ich ihn schraube. Ja, du hast mich nicht so, dass ich eine große Körperstärke habe. Oh, oh, okay. Du weißt, komm mal. Schau dir auf August. Das Ding ist echt stabil. 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 Whatever it is, it can't be good. Once upon a time, there was a lowly Hyperion stooge named Reese. He was just like all of you in every way, except he really, really sucked. Is that Gentle Q? And pretty soon, that one is his handsome Jack. Oh, you're nice. If you knew my plan, you'd think I'm going to be able to recover. Don't worry about it. So, as a reward, whoever finds my old soon to be eviscerated Paul Reese will receive all company bonuses, a planet-facing office and keys to the executive washroom. We need to get to the hangar bay. Now. Okay, is this the whole name of Reese on? Is this Vaughn? Oh. Okay, er schießt die Leute, wirklich. Was ist denn Vaughn? Was findest du mit Reese? Ach so, er will den Körper. Ich wäre in ihm, das klingt irgendwie so eklig. Well, you are 100% right about that, Pumpkin. I can't, but my guards and their bullets sure can. And a shit ton of them are heading to you right now. Could get messy. So in the essence of saving on clean-up costs, why don't we just figure this out together, huh? I mean, I'll be straight with you. Reese is definitely gonna die. But you don't have to. I mean, I don't care enough about you to kill you. No way in hell I'm trusting the douchebag who tried to destroy my planet. Oh, wow. Really? Douchebag? Such a hateful word. That's why I used it. Douchebag. Ich weiß doch eh nicht, wo er ist. Sie kann gar nicht antworten, selbst wenn sie wollen würde. Ah, wer ist da? Oh, August. Okay, August ist ziemlich wütend, wie es aussieht. Auf jeden Fall, auf jeden Fall mal ein Auftritt. Okay, August hat uns erstmal den Arsch gerettet. Das heißt aber nicht, dass er auf unserer Seite ist. Er will ja auch nur das Gordis Project am Laufen halten. Er will in die Vault. Okay, I can do this. Just gotta hack into the central systems, reverse the lockdown and get the hell out of here. Haha, no problem. Warning, hacking detected. Oh, come on! Warning. Okay, okay, you wanna dance? Okay, diesmal muss ich schneller sein, als letztes Mal. Ah, Xbox Controller gibt mir Kraft. Ja! Ah! Alright, so I am in, and boom! The hangar bay doors are now open. Haha! Oh, God! Oh, God! Oh, God! Das hat geketset! Das hat geketset, mein Arsch gerettet, mein Arsch, pal. Das hat mich direkt zu dir. Und ich liebe dich, als gerade geketscht. Das ist nicht wahr, ich liebe es. Herr Schroo, Jack. Seitdem du in mein Kopf schläfst, mein Leben hat eine Verzahnung. Das hat nicht wirklich eine Waffe in den Park für mich auch, Kommt-Kate. Okay, er will wirklich Hanson Jack aus dem Spiel nehmen. Oder er muss es vielleicht sogar. Ist so, das fang ich mich sowieso. Kann ich irgendwas tun? Nein. Okay, Rhys, beeil dich. Boah, er weiß ja eigentlich, was er da tut. Er ist doch kein Ingenieur oder so. Er ist einfach nur Bürofuzzi. Okay, Hauptsache... Wieso macht er denn so langsam? Ja, komm schon. Sehr gut. Die Luft wär zwar schon längst weg und er wär schon längst tot und längst rausgesaugt worden und sowieso. Sowas von tot, allein durch die Kälte. Das ist doch gar nicht Fiona. Fiona ist doch noch gar nicht so weit. Wer haut denn da mit unserem Schiff ab? Oh, das ist doch Fiona gewesen? Nein. Du besser hast eine Antwort. Oh nein. Das ist doch nicht gut. Komm schon, Gordys, du solltest du in der Band warten warten. Es ist gefährlich hier. Oh, uh, okay. Hm. War doch klar, ich wusste, dass die das sind, die mit dem Schiff abhauen. Hm-hm. Ich werde aufhauen. Was ist das? Valerie hat ein anderes Plan. Fertig die Ingenie, August. Wir haben ein Jett, wenn die Tür öffnen. Wir machen uns das. Ja. Genau. Ich weiß nicht... ... was zu sagen. Nicht auf mich so. August, du kannst du das aufhören. Du bist hier der Boss. Nein. Valerie ist der Boss. Und August macht das, was Valerie sagt. Na, abwarten. Ich glaube, August ist nicht so ein schlechter, wie wir immer dachten. Erschießen sie ihn jetzt etwa? Oh nein. Komm schon. Ah, 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 ah. Habe ich A gedrückt? Scheiße. Nein. Oh Gott. Game over. Gut. Aber, dass ich nochmal eine Chance bekomme. Ich habe X gedrückt statt A. Verdammt. August. Ich dachte, Fiona wäre jetzt wirklich endgültig tot. Das kann ja sein in den letzten Episodes, dass wir hier, wenn wir Kacke machen... ...wirklich drauf gehen. Habe ich. Oh, okay. Und tschüss Junge. Gute Nacht. Bäm. Oh nein. Loader Bot. Das war jetzt so sinnlos, Loader Bot. Dass du dich da geopfert hast. Das ist auch sinnlos. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich habe jetzt bei der ganzen Action gar nicht mitbekommen, wer auf diesem Schiff ist. Alle anderen? Also August, Gorgeous und der Typ mit der Narbe? Und Sascha? Grund, was du mit! Ja. Wir haben die Überbrief geöffnet. Ich bin ja. Oh nein. Hör ich. Oh nein. Das ist gesagt. Die Kacke gelohm. Was du mit. Nein. Ich hab. Herren. Das ist nett, wer wie sie. Okay, sie ist auf dem Weg nach Pandora. Loaderbot kennt sich aus, oder was? Er weiß direkt, wo er hin muss. Wahnsinn! Das nenne ich mein Engagement. Oh, er ist schon da! Okay, die sind alle kaputt, oder was? Oder alle schon weg? Die Kapsel? Oh, ich werde so glücklich sein, wenn du weg bist. Ich bin weg? Ich bin nie weg. Ich bin ein Legend. Ich bin ein Kind. Ich bin eine. Wie fühlt sich das? Nein, nein, nein. Das ist nicht passiert. Nein, sorry. Dachte ich es mir. Der weiß doch genau, dass da einer ist. Er ist das scheiß Team. Oh nein. 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 I can pay you! I can pay you! Whatever you want! He's not interested in money, you moron. You can't take it with ya. It's the saying go. Sorry, bro. Der Sack. Hey! Hey! Stopp! Oh, oh, oh man. Come on, dude! Hey! Another idiot! Join the party! Hey! You're gonna die, dude! You're all gonna die, you idiot! Jetzt schießt ja einer auf mich, der Idiot. Wir haben gerade ganz andere Sorgen. He is right. Probability of death is hard. This is here, Pump! Really hoping you got a plan B kicking around in there. Komm schon, Leute, Abort. Hast du einen Plan? Ja, wohin? Kannst du mich nicht irgendwie runterfliegen? Get back here! Oh, where do you think you're going? There. Mm-mm. You ain't getting away this time. Yeah. What he said. What? No, that thing's busted. I'll die in that. No. You will live. Wait, wait. Loaderbot, no. Come on. Loaderbot, no! 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. In der nächsten Episode geht es dann weiter. Das große Finale. Wir leiten das langsam ein. Ich freue mich schon riesig drauf. Ich glaube, das wird richtig, richtig gut. Und ich hoffe, ihr begleitet mich dabei. Hier bei Tales from the Borderlands. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Silent. Headshot. Headshot.